Hükkara war in der Antike ein sikanischer Ort auf Sizilien. Hükkara befand sich an der Nordküste Siziliens, etwa 20 Kilometer westlich von Panamost im heutigen Palermo. Im Jahr 415 v. chr. Während des Peloponesischen Krieges wurde die Stadt von Athenern erobert, da sie der Stadt Segesta, die mit Athen verbündet war, feindlich gegenüberstand. Die Einwohner wurden versklavt. Bekannt ist der Ort vor allem für die spätere Hethereleis. Heute befinden sich noch einige Ruinen beim Ort Carini. Hükkara war Sitz eines Bischofs auf das Bistum geht das Titular Bistum Heikarum der römisch-katholischen Kirche zurück. Um den Ursprung des Namens Hükkara zu erklären, griffen lokale Schriftsteller auf eine Legende zurück. Nach der der mythische König Kukalos den Daidalos mit dem Bau der Stadt beauftragt habe, um seine Macht über Segesta sichern zu können. Die Aidalos gab der Stadt ihren Namen, um seinen Sohn Ikarus damit zu ehren. Andere, wie der griechische Historiker Thaimaios von Taurumenion, führten den Namen auf eine Fischart namens Hykas zurück, die im Meer nahe der Stadt zu finden gewesen sein soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017